Genau, dieses Erlauben. Das ist ja das, was ich jetzt nochmal, um es zu wiederholen, in meinen Worten verstanden habe und die Frage nochmal so zu reflektieren. Dadurch, dass ich an meiner Stimme arbeite, optimalerweise mit jemandem, der wie du schon sehr weit ist und das auch von außen analysieren kann, stoße ich automatisch auch an gewisse Grenzen, wo gewisse Blockaden in meinem Körper noch mir nicht erlauben, wirklich loszulassen, weil eben noch Kontrolle da ist und dadurch öffnen sich dann wahrscheinlich auch neue Türen oder eben auch neue Portale, kann man fast schon sagen, die dir dann eben auch erlauben, vielleicht, also meine erste Frage wäre jetzt, hattest du auch schon emotional Breakthroughs, wie man das vielleicht auch von anderen Arbeiten kennt, bei deinen Stimmcoachings? Ja, definitely. Also das ist sozusagen Standardsituation, dass es emotionale Durchbrüche gibt, weil ja die Blockaden nicht nur auf der körperlichen Ebene sind, sondern die sind ja auch auf der emotionalen Ebene und die sind auch auf der mentalen Ebene und die sind manchmal sogar auf einer noch höheren Ebene, wo es dann auch um die Verbindung mit früheren Erfahrungen geht, aus früheren Leben, aber das ist jetzt ein zu weit führendes Thema, als dass wir da einsteigen wollen, aber ja, natürlich gibt es regelmäßig Durchbrüche, das ist ja der Sinn von dem Stimmcoaching, dass sozusagen die Klicks gemacht werden, die eine Freigabe erlauben für die natürliche und wahre, kraftvolle und freie Stimme, die jeder Mensch in sich drin hat und die ist aber eben wie gefangen in manchen Menschen und das ist dann eben auch zu hören, diese enge, enge Angst und Gefangensein, was sich manchmal hier in diesem Bereich fokussiert, das, was wirklich spürbar ist für Menschen. Manche entwickeln dann hier sogar Symptome, also kommen auch solche Menschen zu mir, die dann hier schon wirkliche Dinger haben im Hals, ja, ich will die gar nicht genauer benennen, so und damit es dazu nicht kommt und auch nicht zu anderen körperlichen, chronischen Geschichten, halte ich das für sehr wichtig, auch für die eigene ganzheitliche Gesundheit, auch auf dieses Thema Stimme hinzuschauen, weil die Stimme hat einen besonderen Aspekt im Vergleich zu allen anderen Organen. Die Stimme verbindet alle Schichten und Ebenen unseres menschlichen Seins, wie eben die körperliche, emotionale, mentale und spirituelle Ebene miteinander, weil der Klang schwingt eben durch alles hindurch. Wir können den Klang auf der physischen Ebene wahrnehmen und wir können aber auch wahrnehmen, dass er uns weit, weit hinausträgt über unseren Körper hinaus. Ich habe einmal in deinem Vortrag so ein Beispiel von dir gesehen, wo du das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so nachgemacht hast, also dieses, ja, da bin ich da ganz oben in meiner Stimme und so richtig so, da ist er verkrampft. Und ich kenne ja das auch manchmal von Kunden, die zu mir ins Mentoring kommen und ich merke dann, dass die eben gar nicht so sprechen, wie sie eigentlich sprechen würden. Also die sind sehr hier oben. Gibt es denn wirklich so ein paar Beispiele von verschiedenen Stimmlagen oder so Stimmfehler, die dann automatisch auch auf ein Trauma oder auf eine Blockade zurückzuführen sind? Aus meiner Sicht ja. Also das ist aber noch nicht so wissenschaftlich gut untersucht, dass ich da jetzt definitive und verbindliche Aussagen treffen kann. Aber ich höre ja jetzt seit vielen Jahren auf Stimmen und meine herauszuhören, dass bestimmte Muster, zum Beispiel von Traumata, sich auch in der Stimme äußern. Und das sind dann aber für mich erstmal Indizien, weil es kann auch von ganz anderen Aspekten herrühren, wie zum Beispiel, dass jemand doch eine organische Schädigung hat, zum Beispiel durch eine Reizung, durch eine Verätzung der Stimmlippen, durch aber auch zu viel Rauchen, was auch eine aggressive Substanz ist, die dann die Stimmlippen beeinträchtigen kann in ihrem freien Stimmklang. Und da spielt so viel mit rein, dass ich mittlerweile da sehr vorsichtig geworden bin, zu schnell irgendwelche Aussagen zu treffen, auch mir selbst gegenüber, sondern ich warte erstmal ab. Ich sage, okay, ich höre, das könnte darauf hinweisen und ich werde das sozusagen erfragen und herausfinden durch verschiedene Herangehensweisen, ob diese Vermutung, diese These, die ich habe, sich bewahrheitet. Und dafür braucht es manchmal auch eine längere Zeit, weil gerade wenn es darum geht, dass Traumata sich auch in der Stimme zeigen, dann kann ich nicht gleich im ersten Gespräch sagen, ach, lass uns daran mal jetzt arbeiten und wir öffnen das mal so, sondern da muss erstmal eine Beziehung aufgebaut werden, ein Vertrauen aufgebaut werden, eine Entspanntheit aufgebaut werden, sodass jemand wahrnimmt, okay, ich befinde mich hier in einem geschützten Raum und ich bin mit einem mitfühlenden Menschen, der es irgendwie schon geschafft hat, seine Abwertungsprogramme sozusagen beiseite zu legen oder unter Kontrolle zu haben oder tatsächlich, ich spreche von Abstinenz, von Abwertung, die aus meiner Sicht in der Arbeit mit solchen sensiblen Themen sehr wichtig ist. Dass wir das auch in uns selber schon verinnerlicht haben, dass alles in diesem Leben eine gewisse Vollkommenheit hat, eine gewisse Heiligkeit, die ich mir nicht anmaßen darf, abzuwerten, weil ich sonst nämlich ja gewissermaßen nochmal neue Schaden anrichte. Genau. Und zwar auch bei mir selbst. Also die Abwertung fällt immer auf mich selbst zurück, so ist mein Eindruck. Und deswegen, weil ich ja auch mich selber ja angenehm fühlen möchte, bleibe ich einfach der Abwertung fern. Und das baut dann einen Raum auf, wo Menschen auch merken, okay, hier wird das, was ich mit meiner Stimme gerade mache und zeige, nicht abgewertet. Obwohl ich jetzt schon mutig war und mehr gezeigt habe als woanders, kommt immer noch keine Abwertung. Und dann werden die Menschen langsam mutig und zeigen noch mehr von ihren inneren Wahrheiten. Und dann wird es richtig spannend, weil dann wird es auch emotional, dann wird es tief berührend. Und dann geht es meistens auch an die Urbeziehungen ran, zu Mutter und Vater. Aber da bleibt es auch nicht stehen, sondern es geht dann darüber hinaus. Wie ist denn der Kontakt zum männlichen Prinzip an sich, zum weiblichen Prinzip an sich? Weil ich glaube, dass wir Menschen alle diese Prinzipien in uns tragen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das zeigt sich eben auch in der Stimme. Also wie viel haben wir schon integriert von den verschiedenen Aspekten, die unser Sein ausmachen und habe ich die flexibel verfügbar? Ja, das ist mir nie aufgefallen, bis ich das mal selbst so reflektiert gekriegt habe von Leuten, weil ich sehr gerne auch ab und zu mal so eine hohe Stimme mache. So, yeah! Oder irgendwie sowas. Ich habe dieses Kindische in mir und habe auch keine Probleme, das zu zeigen. Aber ich merke dann immer wieder bei gewissen Männern, dass wenn ich diese Stimme mache, dass die dann sowieso getriggert werden. So im Sinne von, was war denn das jetzt für eine Stimme? Und ich merke dann immer so, das ist interessant, dann erlaubt die Person sich wahrscheinlich selbst nicht, in diese Stimme zu gehen. Und das ist dann auch wieder so diese Realisierung, dass ich aber auch manchmal, wenn ich eine Frau höre, die sehr laut singt, also sehr laut, dass ich dann manchmal so denke, so, boah, Alter, woher kommt denn das? So dieses, ah! Wo dann am Schluss noch so dieses, irgendwas mitschwingt. Und ich denke so, boah, das ist fast zu much. Ich kann das fast nicht mehr halten. Und das heißt, dass ich wahrscheinlich mir selbst noch gar nie erlauben würde oder gar noch nicht erlaubt habe, da auch mal versuchen, in diese Stimmlage zu kommen. So in diesen Ausdruck. Also das ist ja auch immer so dieses Maß. Vielleicht jetzt trotzdem noch mal, weil ich diesen analytischen Part halt schon sehr spannend finde, wir müssen es jetzt nicht auf Traumen beziehen, aber wir können jetzt trotzdem noch mal so auf diese Gefühlszustände gehen. Also eine Person, die gestresst ist, eine Person, die vielleicht gerade traurig ist. Also wie kann man hier vielleicht so gewisse Muster erkennen? Also leise, laut, ebenso. Was gibt es da so für verschiedene Tendenzen? Also ich will mal mit der körperlichen Ebene wieder anfangen, weil da können wir an der Haltung ganz viel schon erkennen und an den Muskelspannungen, die im System sind. Hat der Mensch eine Anspannung in seinem Muskelsystem? Weil die wirkt und drückt dann auch auf die Stimme und den Hals. Und kann ich diese Anbindung nach oben und nach unten in einem Menschen schon wahrnehmen? Dann spielt es meistens schon auch in die Stimme mit rein. Und dann ist eben die Frage, sind diese einzelnen Segmente, die wir in der Lage sind anzuspannen, sind die schon entspannt? Ich sage mal ein extremes Beispiel, was wir mal alle bei Gelegenheit durchchecken können. Im Stehen können wir mal checken, ob unsere innere Gesäßmuskulatur locker ist. Weil die spannt nämlich nach meiner Erfahrung als erstes an, wenn wir noch irgendwelche Ängstlichkeiten in unserem System haben. Und wenn ich halt stehe vor einem Publikum, dann sorge ich dafür, dass mein gesamtes System an Muskeln, was ich nicht brauche, um aufrecht zu stehen, entspannt ist. Damit durch diese Muskulatur dann der Klang sich durchschwingen kann und eine andere Klangqualität hat, als wenn ich die Muskeln alle anspannen würde. Und das ist einfach jetzt ein Extrembeispiel, was ihr mal antesten könnt. Wenn du dich komplett anspannst, wie klingt dann deine Stimme? Und wenn du dann komplett locker bist, aber trotzdem noch mit der Wohlfühlspannung des Aufrechtsitzens oder Stehens, so wie klingt dann die Stimme? Und kann ich da wahrnehmen, wo hier verschiedene Spannungszustände vielleicht noch auf der körperlichen Ebene sind? Und wenn da welche sind, nehmen wir mal an, im Bauch. So, dann ist es spannend, da hinzuspüren und sich zu fragen, hm, was steckt denn da drin? So, was ist denn das für eine Emotion, für ein Gefühl? Und was ist der Satz, mit dem ich das zum Ausdruck bringen könnte? Zum Beispiel, ich bin nicht sicher. Nur mal so als ein Beispiel. Was für viele Menschen gilt, dass sie nämlich durch ihre Kindheitserfahrung das abgespeichert haben, dass sie nicht sicher sind. Und es für sie deswegen auch nicht sicher ist, ihre Stimme frei erklingen zu lassen. So. Oder die Frage auch, macht es überhaupt Sinn, meine Stimme erklingen zu lassen? Werde ich überhaupt gehört? Ich werde nicht gehört. Das ist ein Standardsatz, den ich immer wieder höre von Menschen, die halt mit ihrer Stimme anfangen, tiefer zu arbeiten, dass das noch ganz tief im Mindset abgespeichert ist. Das heißt, wir müssen auf der mentalen Ebene gucken, was haben die Menschen abgespeichert durch die früheren Erfahrungen mit ihren, ja, nächsten Angehörigen, Erziehungspersonen und so. Weil da wurden die Muster gesetzt. Und die sind in der Regel noch nicht so in der Tiefe aufgelöst worden, wie ich das aber der Stimme eines jeden Einzelnen wünsche. So, damit die eben die Erlaubnis hat, die ich immer wieder anspreche. Ja, es geht um Selbsterlaubnis, zu wissen, ich bin ein vollkommenes Wesen und ich bin wichtig und wertvoll für die Gesellschaft und für diese Welt. Und deswegen bringe ich mich auch voll ein. Und wenn nicht, dann ist die Frage, was steht da noch davor? Und es geht dann bis hin zu dieser Ebene, wo wir uns fragen dürfen, bin ich schon in Übereinstimmung mit meiner Bestimmung? Kann ich das spüren, dass ich wirklich das, wofür ich hergekommen bin, auch schon angefangen habe zu verwirklichen oder dabei bin es zu verwirklichen und immer besser verwirkliche? Oder habe ich damit noch gar nicht angefangen? Und warum denn nicht? So, wenn ich es doch schon irgendwo spüre und wahrnehme, was steht denn noch dazwischen und davor? Was ist denn die Vorstellung, die ich da vorgestellt habe, vor der Erlaubnis, mir zu erlauben, meine Bestimmung zu erfüllen? Ist es eventuell ein Sicherheitsdenken, zum Beispiel finanzieller Art, was viele ausbremst, ihre Selbstständigkeit aufzubauen, weil sie nicht sicher sind, ob sie das dann schaffen? So, ich kann aber jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil wir werden ja vom Leben auch unterstützt, wenn wir das Leben unterstützen. So, das gehört ja miteinander zusammen. So, und da braucht es natürlich erstmal eine Portion Mut. So, aber wir könnten auch sagen, es braucht eigentlich nur den Mut zur Wahrheit, die ja in jedem schon drin schwingt, die wir auch wahrnehmen, auf einer subtilen Ebene zumindest. Und je öfter Menschen in Meditation gehen, umso mehr spüren sie auch diese ganzen inneren Wahrheiten. Und da ist dann die Frage, bin ich damit schon im Einklang? Ist das, was ich innerlich fühle und auch wahrnehme, das, was ich auch im Außen lebe? Wie kann ich das in Konkurrenz bringen, in Übereinstimmung, in Resonanz und in Harmonie, sodass ich das Gefühl habe, ja, ich lebe die Musik meines Lebens. Da ist irgendwie ein Lied wie vorkomponiert und ich erlaube, dass das durch mich gesungen wird, selbst wenn ich was anderes mache, wenn ich was Handwerkliches mache, ist das trotzdem eine Art von Musik. Da ist auch überall Rhythmus drin. Überall könnten wir das Leben als Musik betrachten. Und ja, wie komme ich in Einklang auch mit dem, was um mich herum geschieht? Momentan haben wir da auch besondere Herausforderungen. Ja, die Frage, wer bestimmt eigentlich unsere Stimmung? Gute Frage, genau. Es ist allgemein super interessant, wie die deutsche Sprache uns hier hilft, mit der Stimme für noch mehr Bewusstsein zu sorgen, weil auf Englisch Voice, period, that's it. Da geht es nicht mehr weit, aber selbst dieses Wort Bestimmung, das ist eines meiner wichtigsten Worte für mich, so Folge deiner Bestimmung, gib dir selbst eine Bestimmung und da ist ja dieses Wort Stimme auch schon wieder drin. Stimmt das gerade für dich? Wie du vorhin gesagt hast auch. Ja, bist du eingestimmt sozusagen auf das, was sowieso schon die Stimme des Lebens zu dir sagt und auch von außen, nicht nur von innen. Und ich möchte kurz auf das Wort Sound eingehen, was ja im Englischen auch gesund bedeutet. Gesund und Sound gehören zusammen, vom Wortstamm her. So und da zeigt sich eben, dass es auch um eine ganzheitliche Schwingungsgesundheit geht, die wir uns alle wünschen. So, weil es geht nicht mehr, wenn wir eine Ebene getrennt betrachten und die andere vernachlässigen. So und wir wissen auch, dass unsere Leistungsfähigkeit auch im Beruflichen und im Gesellschaftlichen auch davon abhängt, wie gut wir unseren Körper nähren und bewegen und unterstützen. Auch in der Art, wie wir mit ihm sprechen, wie wir ihn anschauen, was wir für eine innere Einstellung zu ihm haben. Und da kann ich sehr dazu einladen, die Stimme zu benutzen, auch mal laut vor dem Spiegel sich was richtig Gutes, Unterstützendes, positiv Bestärkendes zu sagen. Denn das tut richtig gut und hat eine direkte Wirkung. Und zwar durch die Kraft des Klanges, der eben in den Körper reingeht. Das ist dann eben nicht nur mental, so nach dem Motto, ja, ich bin ein toller Typ, sondern ich bin ein toller Typ. Ja, so das geht dann in den Körper anders rein, wenn du es laut aussprichst. Kann ich sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Und sich da schöne Sätze zusammen zu formulieren, wo du merkst, wow, das ist die Wahrheit, die ich erleben möchte. Und damit manifestierst du dann eben etwas, was dann andere Menschen auch wahrnehmen. Weil das springt dann nicht nur durch deine Stimme in die Ohren der Menschen rein, sondern es springt auch aus deinen Augen als Energie. Und die Leute nehmen das wahr und sagen, hey, was ist mit dir passiert? Was hast du gemacht? So, was hat sich verändert? So, gestern hast du noch irgendwie so ein bisschen traurig und schlapp ausgesehen und heute bist du irgendwie so wie so ein Flummi und hast so eine Frühlingsenergie. Also wo kommt das her? Ja.